Hallo Mädels, ich bin die Alexandra. Ich bin die Yvonne. Und das ist ein Teil eines kleinen Roboters, den wir gerne mit euch am Girl's Day bauen würden. Wir freuen uns auf euch. Und schaut euch, dass es hier an der gleichen Position ist. Wenn man hier so eine schöne Kante hat und das Kabel nicht stört. Unser Calliope hat nämlich zwei Motoren, also kann man damit sogar die Richtung wechseln. Und so hat man dann seinen ersten Motor angebaut. Das kann man dann auf der anderen Seite auch so machen. Und dann hat man schon so den größten Teil von seinem Calliope fertig. Genau. Jetzt sind wir noch die Räder dran. Da auch drauf achten, dass man die richtig dran montiert. Ja, und das werden wir dann gerne auf dem Girl's Day machen. Genau. Kabelbinder. Genau. Immer wichtig, dass man die richtig dran reinsteckt. Oh, das war schon so viel. Das war halt schon mal eine Idee. So viel, nicht fest. Yes. Ich bin noch einfach. Ja.